Ich lerne Deutsch. Nummer 10627 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Respektiere die Natur und trage zu ihrem Schutz bei. Ich verstehe das nicht. Warum kann ich meine Kinder nicht mehr sehen? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich meine Kinder nicht mehr sehen? Können Sie mir bitte Ihre derzeitigen Zahnprobleme beschreiben? Können Sie mir bitte Ihre derzeitigen Zahnprobleme beschreiben? Meistens bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Es ist viel schneller als öffentliche Verkehrsmittel. Meistens bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Es ist viel schneller als öffentliche Verkehrsmittel. Wenn wir uns jetzt nicht beeilen, kommen wir definitiv zu spät. Manchmal benutzen Forscher Mikroskope, um sich Dinge ganz genau anzusehen. Manchmal benutzen Forscher Mikroskope, um sich Dinge ganz genau anzusehen. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Sie bringt drei rosa herzförmige Luftballons mit. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Sie bringt drei rosa herzförmige Luftballons mit. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann geht's. Vielen Dank.